Heute ist der erste Schultag und ich kann zu kaufen! In Bayern haben die einfach noch bis Mitte September Ferien und ich hocke hier mit einem beschissenen Stundenplan, weil ich vier von fünf Tagen lange habe! Und während der Sommerferien war es natürlich immer bewölkt und regnerisch. Wo die Schule anfängt, da wird es sonnig und heiß! Kommentiert mit deiner Sonne, wenn ihr Ferien habt und mit deiner Wolke, wenn ihr wieder Schule habt und folgt, um nicht zu verpassen, wie ich die Schule abbrenne.